Ich bin in einem Zelt mit einer Familie und es hat im Moment kein Strom. Wir versuchen jetzt mit Handys Licht zu machen, damit ihr das sehen. Da ist der Heizofa und da brauchen sie halt Heizen, um das Zelt heizen. Sie haben eine Flasche Heizöl und das sparen sie am Abend und benutzen, damit sie über den Winter durchkommen. Es ist wirklich eine schreckliche Situation. Uns ist auch kalt. Jetzt scheint noch die Sonne, aber in der Nacht ist es gelter und der Winter kommt erst. Jetzt sind wir hier in einem Camp, wo über 50 Familien sind und in denen haben wir jetzt Heizöl gekauft und werden jetzt hier alle zusammen verteilen. выпfen. Mit dem Zeitpunkt gehen wir auf einen Berg. Für mich ist es ein Freunde der Welt. Als ich meine Zuschauer sagte, dass wir hier im Training werden sollen, wenn ich mir nicht absichtlich, wenn ich mich nicht zu heizide. Dann schon mal wieder auf zwei Stunden bleiben. Ich habe eine Frau. Ich habe eine Frau. Ich habe eine Frau. Untertitelung des ZDF, 2020